Das Hotel Belvedere liegt in Benicis in Corfu. 38% der Gästen empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 81 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,4 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,6 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Zimmer. Die Zimmer des Hotels sind akzeptabel. Sie werden mit 3,5 und 6 Sonnen bewertet. Hotel Allgemein. In der Kategorie Hotel Allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,3 von 6 Sonnen. Gastronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,3 von 6 Sonnen hat es gereicht. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,2 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 2,4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.